Dann gehen wir doch mal da hoch, würde ich sagen. Was ist das hier? Da dürfen wir nicht lang. Einbahnstraße. Ich will da aber lang. Kommst du her? Sackgasse. Sackgasse. Okay. Glaube ich nicht. Da war vorhin auch so ein verstecktes Ding. Hallo. Wo bleibt dein Erkundungsgeist? Also ich finde die Pyramide da wesentlich interessanter zu erkunden. Boah Mann, verstehst du auch hier? Sackgasse. Ja, nee. Ich will das aber nicht wahrhaben. Mann. Ey. Ich bin kein Magen. Ja, aber sag das schön. Dreh um. Mach ich nicht. Und das Schöne ist, er kann mich nicht davon abhalten. Es hat aufgehört zu regnen. Sonne. Wunderschön. Wunderschön. Yay. Gleich bist du in einer Sackgasse. Oh, wie oft wir... Weißt, je öfter das da steht, umso versuchter bin ich, den Weg bis zum Ende zu laufen. Weil wer so aggressiv versucht, mich... Aufzuhalten? Naja, was soll ich noch sagen? Sackgasse. Ähm. Dreh doch endlich um. Ja, nein, das ist echt schon so aggressiv, dass ich mir denke, also hier muss doch irgendwas sein. Achtung, Ende kommt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oho. Aha. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oho. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oho. 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 Was hast du denn auch gesagt? Dankeschön. Ja, er hat's oft genug gesagt, der Creator der Map. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber... Na ja, dann... Wenn da halt schon so... Also, wer kann mir das verwehren? Ich meine, wenn da schon mal so ein Hidden Secret Dinge, was auch immer, waren. Naja, nichts gegen ein bisschen Frühsport einzuwenden. Genau. Bei mir jetzt, wo es aufgehört hat zu regnen. Ja, ein bisschen an der frischen Luft, im Schnee spielen. Genau. Ah. Na nee, ich brauche eine Schaukel. Jetzt hätte ich dir jetzt einen Schneeball an den Kopf geworfen. Öh. Haha. Ihr wird nicht mit Schneeballen um sich geworfen. Wieso? Das macht man nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh, ich darf heute was essen. Dann... Ich habe noch irgendwo eine Pilzsuche, glaube ich. Ja, die habe ich dir vorhin zugeworfen. Gütig. Wie ich bin. Oh, du bist so bütig. Hey, er muss da irgendwo... Mehr Secrets. Hallo. Was ist da los? Hallo, Schäfchen. Ich brauche mehr Secrets. Ist so. Brauchst mich so zu schnaufen. Echt? Jetzt. Hallo. War da was drin? Nein. War hier was drin? Nein. Nicht wirklich. Sonst wäre es jetzt auch nicht mehr drin. Weil dann hätte ich... Ja, äh, 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 äh. Jawel. Lauf. Oh. Hier sollen wir irgendwas... Äh, torch. Torch. Ja. Und dann hier wahrscheinlich auch. Trotsch kommt. Andere Trotsch kommt. Oi. Weg ist offen. Oh, warte mal. Ich will mal schnell das Eisenschwert noch raus. Das wäre so ein Vorteil. Ja. Bist du auf der anderen Seite runter? Hm, wenn es sein muss. Hallo. Hallo. Ei, ei, ei. Ey. In keiner Map darf ein Kuchen fehlen. Ja. Guck. Kuchen. Kuchen. Hm. Wir dürfen kein Glas kaputt machen, oder? Ja, nein. Nein, nein. Kuchen. Guck nicht so. Kuchen. Komm. 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 Oh. Oh. Ein Rätsel. Okay. Weiß ist aus. B ist an. W plus W gleich W. B plus W gleich B. Naja. Sandstone ist unten. Also. Ah ja. Ich verstehe. Du weißt, weißt du, wie es geht? Ich glaube. Das ist ein ziemlich cooles Rätsel eigentlich. Gefällt mir. Sandstone ist unten? Sandstone ist unten. Okay. Das heißt. Du musst im. Ja. 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 Aus. An. Aus. An. Ja. Nee. Erzähl mir nicht. Also. Überall da, wo auf den Bildern ein Unterschied ist von einem zum anderen, muss an. So einfach. Also sprich. Und das. Der hier muss an. Und der muss an. Und der muss an. So. Blau. Dann muss der an. Blau. Weiß. Und der, den ich jetzt hab, muss an. Und wo ist unser Fehler? Der ist richtig. Der. Ist richtig. Der. Ist. Richtig. Ah. Der muss noch. Äh. Der muss noch an. Nee. Nee. Ist blöd. So. Hier. Die drei sind unterschiedlich. Da. 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 Ja. Sind sie. Hier. Blau. Weiß. Also muss der hier an. Weiß. Weiß. Hm. Weiß. Nee. Blau. Der. Hä? Ach so. Ja. Klar. Der muss auch noch an. So. Ach. Mann. Noob. Wolle. Äh. Hilfe für das Endbild. Ah ja. Okay. Muss ich wieder vorgehen oder wie? Ja. Du hast das Eisenschwert. Super. Ist. Wow. Was war das? Achtung. Geh mal aus dem Weg. Äh. 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 Autschi. Wie mies. Oh. Nein. Eieieiei. Unser absolutes Favorite. Denke. Okay. Mit meiner Gedankenkraft. Ah. 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 Schon besser. Ja. Darf ich? Ja. Geh mal aus dem Weg. Bitte. Danke. Ey. Also. Be careful. Yay. Das erste Jumping Puzzle, was ich auf Anhieb geschafft habe. Wow, ist ja auch wahnsinnig schwer. Respekt. Ich hasse diese Dinger. Manchmal vergesse ich einfach zu springen. Zurecht. Was war das? Achso, da kommt nur irgendwie so ein bisschen Wasser. Vielleicht, falls man noch in Flammen steht, so aus Nettlichkeit, um ihn zu löschen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das so wirken soll. Juhu, eine Maze. Amazing. Oh Gott. Na ja, mal schauen. Ups. Falsch. Oder? Ah! Aha! Ah. Ähm. Yay, komm in meine Arme. Ja. Progress. Content! Ja. Ich habe hier einen Hebel betätigt. Weiter. Hm? Ja, hier ist Sackgasse. Mhm. Äh. Ich habe auch einen Hebel getätigt. Ja, ich habe auch irgendwas gehört. Hier ist Sackgasse. Oh! Ausgang! Yay. Äh. Ja. Bisschen warm hier. Ja, dann lass doch mal schnell weitergehen. Schnell! Dann geh du doch mal vor! Das ist immer ich. Oh! 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 Lava! Oh! Und ein neues Rätsel. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay. Weißt du es? Ich habe es mir noch nicht mal angucken können. Pfff. Dann beeil dich! Damit die ganzen, äh, hier. Hä? Ich mach dann mal, okay? Dann erklär es mir doch! Naja, äh. Das hier ist die Schaltung. Und aufgrund dessen siehst du, dass... Also das hier soll nur verblicken, oder? Das hier bedeutet... Nö, wieso? Das soll... Das liefert die Lösung. Weil es sagt dir, dass das, was du da drüben siehst, halt andersrum einfach ist. Sprich, du musst... An der zweiten Reihe einfach den Schalter auf der... Den Hebel auf der anderen Seite betätigen. Fertig ist er, Lack! Was? Männer und ihre Redstone-Logik. Na, was hat denn das damit zu tun? Ich hätte, glaub ich, einfach nur rum experimentiert. Ja. Äh, was? Ah! Ich glaub, das ist... Wie hieß der Gärtner? Ähm... Victor... Nee, Eddie? Eddie? Nee. Nee. Olaf war... War der Bäcker. Ja. Äh... Jenkins war woanders irgendwo. Keine Ahnung. Ich glaub, das ist ja Victor. Ich glaub auch. Ah, Kohle, Kohle, Kohle. Ähm... Okay. Achso, das sind bestimmt Löfen da drin. Ähm... Ähm... Achso. Ah! Die fahren dann wohl irgendwo hin. Äh... Wie geht das? Ah! Tadaaa! Yay! Oh! Oh, hast du was geheim? Äh... Ist was passiert? Äh... Ja, mach nochmal! Äh... 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 Ich hab keine Ahnung, was das bringen soll. Äh... 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 Okay. Schau mal, ob noch woanders was passiert. Warte mal. Mach nochmal. Mach nochmal. Puh... Naja... Ich lass ihn einfach mal an. Ja, mach mal. Ha! Äh... Rutschparty hier, ey. Tja. Da musst du vorsichtig sein. Yay! Komm! In meine Arme! Ich fang dich! Jaaa! Ah. Hüpf! Wuuuuh! Wuuuuh! Ah! Das nächste Rätsel. Super! Ich find das cool mit den Rätseln hier. Löse das Rätsel... Rätsel mit Z, genau. Äh... Lava ist gleich falsch. Äh... Ja. Also... Wir werden sterben auf Deutsch. Nein. Nummer 8 darf nicht aktiviert sein. Okay. Ich muss in der gleichen Position sein wie 6. Aha. Ich muss aktiviert sein. Aha. Drei von uns müssen aktiviert sein. Aha. Einer von uns lügt. Aha. Es dürfen keine Hebel nebeneinander aktiviert sein. Aha. Einer neben mir muss aktiviert sein. Aha. Überleg dir was du aktivierst oder du wirst sterben. Okay. Also... Kann man auf jeden Fall schon mal sagen... Die 6 muss aktiviert sein. Weil wenn einer neben der 7 aktiviert sein muss und die 8 aus sein muss... Stand hier nicht irgendwo 8. Nummer 8 darf nicht aktiviert sein. Ja, dann muss es schon mal die 6 sein. Äh... Aber was ist wenn der lügt? Dann hätten wir es jetzt durch Lava gemerkt, oder? Hm... Vielleicht. So... Dann... Muss der die gleiche Position haben wie 6. Nämlich an. Das bedeutet wiederum, dass das hier der sein muss, der lügt. Weil dann kann der nicht immer an sein. Und dann kann es eigentlich nur noch der sein. Ah! 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 Like Boss! Ja, ja, ja. Ei. Ei? Äh... Einen Hebel? Viel Lava um uns? Achso, ich ähm... Betätige doch mal den Hebel. Ich trau mich nicht! Mach! 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 Ich trau mich nicht! Oh, eine Melodie! Yay! Ich habe gerade ganz schön Kammer flimmern! Nein! Ach! Was für ein verdammter Fieser! Ach nein! Ach komm! Ach nee! Die Sackgasse! Ja, ganz toll! Tja! 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 Es ist Nacht! Hurra! Wird der Rückweg doch umso lustiger! Ja! Definitiv! Ähm... Sag doch mal an... Äh... Du hast einen Redstone Repeater bekommen jetzt, wenn ich das... Ah, sehr gut! Wenn ich das richtig gesehen habe! Okay! Dann können wir ja jetzt zurückkehren zu diesem... Dings da! Nenn ich's mal! Äh... Dieses Dings da! Du weißt schon, was ich meine! Diese Höhle da! Mit dem Mindcard, wo wir hergekommen sind! Ja! Wo man einen Repeater braucht! Ja! Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal zurück! Richtig! Läuft doch! Go, 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 go! Schneller! Ich hoffe aber nicht, dass der Creeper hinter mir erhebiert ist! Jungs ist echt grad wieder elend! Keine Ahnung, was das Problem da grad ist! Ach du... Oh nein, da ist direkt einer auf der Strecke!